Es geht nicht, dass ihr uns alle Subventionen wegnehmt. Wir sehen immer mehr Kriegs- und Kriegsgeschrei. Heute ist ein Politiker das Höchste und man gibt ihm alle Ehre. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Als nun Daniel erfuhr, dass es euch geboten und beschrieben wäre, ging er natürlich sofort hinein und verbrannte alles, was er hatte und tat genau das, was der Staat sagte. Nein. Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören. In einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten. Mit deinem Host, Philipp Daniel Frey. Herzlich willkommen bei der neuesten Show von Stimme ist Gläubigin. Die Stimme ist Gläubigin Show mit eurem Host, Philipp Daniel Frey. Und mit dabei, Pascal, wie eigentlich immer. Schönen guten Abend. Wir haben in den letzten Wochen viel gesehen. Demonstrationen in der Welt geht es ab. Wir haben Kriege, ob es der Nahostkrieg. Wir haben in Israel, also in der Ukraine, einen Krieg. Und immer mehr Menschen beschweren sich, was dazu führt, dass viele Leute denken, kommt jetzt oder ist es fünf vor zwölf oder ist es fünf nach zwölf. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt Richtung Trübsal. Sicherlich ist das korrekt. Wobei man diese Dinge immer wieder mal neu betrachten muss. Und natürlich sind diese Dinge immer wieder dran am Passieren. Und so jetzt gerade in der letzten Woche haben wir gesehen, wie die Bauern in Deutschland auf die Strasse gingen und sagten, hey, wir können so nicht mehr weitermachen. Es geht nicht, dass ihr uns alle Subventionen wegnehmen. Und so heute möchten wir mit euch sprechen über, wie geht man mit dem Staat um. Und die erste Frage, die sich immer wieder stellt, ist, kann ein Christ demonstrieren? Und die einfache und simple Antwort ist, ein Christ ist in Freiheit berufen. Und als individuelle Christ kann er, Mensch, muss man so weit eigentlich sagen, kann er entscheiden, was er möchte. Die Bibel sagt, als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Man darf nie vergessen, auch wenn man demonstriert für irgendeine Sache, zum Beispiel jetzt, dass man mehr Geld möchte, anders, dass man nicht das Geld verlieren möchte, dann kann man das tun. Das ist jedem selbst überlassen. Das ist die Freiheit. Wir bestehen nun in der Freiheit, mit uns Christus befreit. Und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Hier gibt es kein Joch. Und so, wenn man individuell sagt, das will ich tun, dann tu es. Man muss einfach eines wissen, wenn man mit dem Schwert umgeht, kommt man dabei mit dem Schwert um, sagt Jesus Christus. Zwingli hatte das sehr schmerzhaft zum Beispiel erfahren, als er dachte, er muss das Schwert in die Hand nehmen und die katholische Kirche, die Menschen irgendwie mit einem Schwert umgehen. So, ein Christ kann demonstrieren. Interessant ist, finde ich, dass wir jetzt vielleicht in dieser Zeit die größere Möglichkeit haben, sowas überhaupt zu machen. Ich habe mich im Laufe der Show auch mal geschaut, was gab es denn so historisch. Und ich bin auf den Bauernkrieg gestoßen, einfach weil es Mitte des 16. Jahrhunderts war und es hat einfach irgendwie zum Thema gepasst. Und das lief nicht einfach so, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, oh, ich möchte jetzt meine Meinung kundtun und das darf ich dann auch. Sondern da ist dann Krieg draus entstanden, tatsächlich. Ja gut, aber es muss nicht immer sein. Und vor allem, es geht jetzt nicht nur um Bauern. Also das Problem von dieses Demonstrieren ist lange. Protestieren, ja wir wissen zum Beispiel, diese evangelische Kirche ist entstanden als Protest. Damals Amerika ist entstanden als Protest. Meistens übrigens hat es zu tun mit Steuern. Hier ist es interessanterweise, geht es nicht direkt um Steuern, aber es geht um Subventionsveränderung. Wenn man es jetzt nur auf dieses eine Problem herunter macht. Aber bevor wir dorthin gehen, noch einmal, was bedeutet es in Freiheit und wie weit, ich denke, das ist die viel wichtige Frage, wie weit kann man in diese Freiheit gehen? Und so, ich würde mal sagen, das ist für jeden individuell. Jeder individuell muss selber sagen, wie kann ich für Gott gerade stehen, wie kann ich für Gott Rechenschaft geben oder nicht. Geht es auch darum, inwiefern ich das dann im Glauben machen kann? Nicht nur im Gewissen, wie man heutzutage oft sagt, sondern tatsächlich im Glauben. Wenn das Gewissen Gebratenmarkt ist, natürlich. Aber darum sage ich, rein biblisch betrachtet kann man nicht per se sagen, dass es absolut immer falsch ist, zu demonstrieren. Wenn wir nicht von der Gemeinde sprechen. Der Auftrag von einer Gemeinde ist ganz klar. Die Gemeinde muss der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein. Das Ziel von der Gemeinde ist nicht zu demonstrieren. Ich sage immer wieder Menschen in unserer Gemeinde, dass wenn du demonstrieren tust, tu das. Das ist deine Sache, aber tu nicht ein Schild von der Bibelgläubigen, Baptistenbewegung oder Stimmungsgläubigen oder was weiß ich hochhalten. Wir als Stimmungsgläubigen, wir stehen für das Evangelium der Gnade Gottes. Jedoch, und das ist genau der Punkt, wie weit geht man? Also im Endeffekt, es gibt so gewisse Grundregeln. Und das ist Römer Kapitel 14. Wenn du zweifelst darüber, dann sündigst du. Und so, man sollte natürlich können das mit Überzeugung machen. Wo ich heute einfach das Problem sehe, ist, dass man viel früher oder viel weiter vorne anfangen sollte, als wo meistens gehandelt wird. Ich persönlich finde vieles heute, gerade was politisch anbelangt, ein Gerad, ein Theater. Ein Spiel, ja. Hat aber damit zu tun, dass wir oftmals so ein bisschen medial sehr stark beeinflusst werden. Nun, wenn man, ich sage jetzt mal, auf dieses Problem, wo jetzt in Deutschland herrscht, spezifisch hinkommt, kann ich das verstehen? Ja. Ich kann es verstehen, weil langsam geht dem Menschen das Geld aus. Also das heisst, wenn du Bauer bist und hast diese 20 Cent, die du verlierst, das sind doch immerhin 20 Cent auf den Liter, den du verlierst. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, warum hat man nicht viel früher etwas gesagt? Weil ich meine, warum haben wir überhaupt so eine Erhöhung dieser Energiekosten? Weil da hat niemand was gesagt. Viele Christen steinigen uns jetzt, aber zu denken, einfach mit einer Ukraine-Flagge durch die Gegend zu rennen oder auch mit dieser Israel-Flagge oder Palästinenser-Flagge, es gibt ja heute alles. Nur weil die Medien es so sagen und man alle herausgeht und nicht das Gefühl hat, dass das etwas kostet, der hat einfach falsch sich gerechnet. Natürlich, das Allerweltsmittel heute heisst Geld drucken. Das ist nur eine kleine Exkursion. Ich meine, 2020 wurde alleine für Corona 1,4 Trillionen gedruckt an Geld. Das ist eine Menge Geld. Was dazu führt, dass wir eine sehr hohe Geldentwertung haben. Und das Spiel kann man so lange weitertreiben, solange es der Roto-Normalverbraucher finanzieren kann. Das Problem ist, dass meistens reiche Menschen kein grosses Problem mit der Inflation haben, weil es sowieso gilt, dass es einfach keine Rolle spielt. Aber derjenige, der schon von Grund auf Probleme hatte, kriegt dann nur noch mehr Probleme. So 20 Cent ist eine grosse Sache. Dann haben wir, es geht ja noch weiter. Ich meine, es wurde in Deutschland, glaube ich, entschieden, dass man will diese CO2-Abgabe für Flugzeuge erhöhen. Alles übrigens immer darum herumgeschifft, dass man ja nichts in der Umwelt macht. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber als du jemand bist, der für die Umwelt ist, okay, die Erde ist am Vergehen, ob du willst oder nicht. Und so in meiner Bibel steht, dass es mindestens noch 1.000 und 3,5 Jahre geht. Was mir übrigens bei diesen Zahlen extrem aufgefallen ist, als ich das nachgeschaut habe, ist, dass ich dachte jetzt, die 2,4 Milliarden, die da für Ernährung und Landwirtschaft im Jahr ausgeballert werden vom Bundeshaushalt, dass das im Vergleich viel ist. Aber dann habe ich geschaut, okay, Wohnungsbau kriegt 22,3 Milliarden, die erwerbliche Wirtschaft 26,9 Milliarden, diese Energieumlage 17 Milliarden, das ist nicht wenig Geld. Ich habe immer relativ gesetzt, wie viel hast du auch auf der anderen Seite hast. Also, im Endeffekt gibt es ein Loch zu stopfen von etwa 11 bis 12 Milliarden. Das ist Fakt, aber das ist zu technisch. Wir sind hier natürlich, ist mir klar, dass das die meisten nicht interessiert, woher, wieso und wieso und weshalb. Aber noch einmal, ja, man kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass die Menschen auf die Strasse gehen und sagen, hey, das geht einfach zu weit und du kannst nicht einfach die Bauern oder die Landwirtschaft beerdigen, um irgendwie ein Loch zu stopfen. Und ich würde auch sagen, dass man viel vorher anfangen muss. Aber wir haben heute, was man nennt einen Sozialstaat, was grundsätzlich und generell gegen Gottes Wort geht übrigens, dass wir denken, dass jemand nicht mehr arbeitet und dann auch noch essen darf und die Bibel hat etwas anderes zu sagen, in 2. Thessalonica 3. Aber gut. Und so, das ist der Unterschied zwischen Bibelgläubigen und Nicht-Bibelgläubigen, diejenigen, die Bibelgläubig sind, die glauben das und glauben, was die Bibel sagt und handeln dementsprechend. So, es ist in der Natur, dass es auch geht, dass man sich sehr schnell auf eine Seite schlägt. Und ich möchte einfach eines betonen, soviel ich das verstehen kann. Man muss verstehen und wissen, dass wer sich auf den Staat verlässt, macht schon mal einen Grundfehler. Die Bibel sagt, verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Verlasst dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasst dich nicht auf deinen Verstand, so wird es dir wohl gehen. Also, es gibt hier immer zwei Seiten der Medaille. Und so, jeder muss selber für sich entscheiden. Verständnis hilft dir aber gar nicht weiter mit der Tatsache, warum wird heute sowieso so viel subventioniert. Und warum sagt die Bibel genau das Gegenteil? Ja, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hat Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Also, muss man sich schon einmal fragen. Ja, verlasst dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasst dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenken ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. So, die Bibel sagt, du sollst dich auf den Herrn verlassen. Es gibt da für mich eine sehr interessante Frage und zwar, ich habe das gehört, da hat jemand gesagt, doch, wir müssen uns natürlich da und vollkommen einsetzen als Christen, also schon als Lehrer gesagt, weil zum Beispiel im Buch Esther, Esther ist dann Königin geworden und genauso sollen wir auch in die Politik gehen und uns einsetzen, wenn man jetzt in die Richtung geht. Gut, ja, wobei, wir kommen noch zu dieser Stelle. Das hat nichts per se etwas mit Politik zu tun. Erstens einmal wurde Esther nicht gewählt, sondern sie wurde vielleicht erwählt von einem König. Und zweitens, diese Geschichte muss man in einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. So, noch einmal, es geht nicht darum, dass man nicht demonstrieren kann und dass man nicht protestieren kann. Man kann. Nur, man muss eines verstehen, diese Welt mehr und mehr macht sich abhängig, Mensch von Mensch, Staat von Staat. Und das ist, was die Bibel sagt, ist verfluchtester Mann, der sich auf Menschen verlässt, der sich abhängig macht. Wir machen uns heute immer mehr abhängig. Die ganze Welt macht sich abhängig. Die ganze Welt macht sich abhängig voneinander mit fadenscheinigen Dingen. Wir machen uns abhängig, wenn es kommt zu unserer Absicherung. Wir machen uns abhängig, wenn es kommt zu unserer Absicherung von unserer Gesundheit, von unserer Rente. Wir machen uns abhängig, wenn es kommt zu, falls wir mal keine Arbeit hätten. Sicherheit. Krieg. Ja, wobei das wiederum richtig ist. Ja, so, das ist für was ein Land, ein Staat ist eigentlich da. Wir werden das noch sehen heute. Aber man muss von verschiedenen Faktoren das Ganze anschauen. Und so, ich kann verstehen, wir haben in unserer Zuhörerschaft Menschen, die sind älter, Menschen, die sind jünger. Und je jünger man ist, oder eigentlich die ganze Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, was die meisten heute sind, haben sich abhängig gemacht von dem Staat. Und das ist ein grosses Problem, wenn man dann einmal gewohnt ist, dass man Subventionen oder Zuschüsse bekommt und dann sagt man plötzlich, hey, ich gebe dir das nicht mehr, dann ist es ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel schauen in Europa, diese Benzin- oder die Mineralölsteuer, die sind natürlich unglaublich hoch. So, warum ist sie so hoch? Weil diese ganzen Dinge müssen querfinanziert werden, also, wenn sie will oder nicht. Also so alleine reicht es nicht. Ich habe mal ausgerechnet, glaube ich, in Deutschland sind es 48 Millionen, die den Rest unterhalten dürfen, die so sind. Arbeitslose. Ja. Also 6 Millionen Arbeitslose, 25 Millionen Rentner und andere nicht erwerbstätige Menschen. Also man könnte sagen, es geht gerade noch so auf der Kante, oder? So scheint es mindestens dann auch Eindruck zu machen, mal mindestens offiziell. So, man sagt auch zum Beispiel, der Grund, warum wir überhaupt dieses Loch haben, warum Deutschland dieses Loch hat, ist, weil es rückläufige Gewerbesteuereinnahmen gab. Ja, ich wundere mich, warum. Ja, logischerweise, weil wir natürlich vor zwei Jahren einfach alles dicht gemacht haben, mit uns zu sagen, wir sind alle tot. Und auch hier wiederum, also wir haben immer diese Extreme. Die eine Seite sagt, wir sind alle tot, wenn wir das nicht so machen, wie es gesagt wird. Die anderen sagen, wenn wir es so machen, dann sind wir auch alle tot und wenn man sich irgendwelche Nadeln in den Arm steckt, dann sind wir alle tot. Und ich kann jetzt schon sehen, dass einige auf diesem Kanal werden Kommentare machen, bis so verrückt, und sagen, ja, und du hast keine Ahnung, und was weiß ich alles. Aber hier ist die Problematik, auf welche Quelle vertraue ich? Also ich vertraue auf Gottes Wort, ich vertraue darauf, dass wenn ich Verantwortung übernehme, dass ich dementsprechend von dem Herrn gesegnet werden kann. Aber, und ich möchte das nochmal betonen, die Last, die da ist, wird immer grösser. Aber vor zwei Jahren, wie viele Leute sind gekommen und haben geschrien, wir müssen der Ukraine helfen. Und da sind auch sehr viele Christen dabei gewesen. Zwei Jahre schon wieder, ja. Seit das angefangen hat, tatsächlich, ja. Und diese Kosten sind dort explodiert. Also ich habe im, ich glaube, zur höchsten Zeit habe ich um die 2,12 Euro pro Liter bezahlt. Diesel, hm. Oder sogar mehr. Also es ist schon viel. Ja. Und jetzt ist es ja human mit 1,70. Es hat sich eingebegelt auf. Und das ist das, was mich wundert. Ich meine, wenn ein Land, wenn die Menschen endlich mal würden zusammenhalten, und das ist etwas, was ich denen gebe, das ist ein bisschen zusammenhalten, dann muss man sich fragen, warum nicht schon viel früher. Aber gut, wir sind hier nicht, wir haben hier niemanden, mit dem wir reden können. Warum nicht schon früher. Aber, falls du Bauer bist, wir hören gerne, warum du nicht schon vor zwei Jahren auf die Strasse gingst. Weil, 20 Cent hin oder her. Fakt ist, die Kosten sind gestiegen und das merkt ja schliesslich und endlich auch ein Landwirt. Ja. Ja. ja, die Steuern sollten gesenkt werden, aber global und generell. Ja. Und, ähm, natürlich muss man sich diese Frage stellen. Auf der anderen Seite, wenn wir das tun, können wir auch nicht mehr all diese ganzen Vorteile haben, die wir gerade genießen. das stimmt schon, ja. Ich meine, wie du vorhin sagtest, wir wachsen in Deutschland auf mit, oder in ganz Europa auf, mit dem Gedanken, das alles muss kostenlos sein von Krankenversicherung. Das ich meine, Bildung, Bildung kostet jetzt mal aus der eigenen Tasche nichts, natürlich. Wenn es Bildung ist. Wenn es Bildung ist. Meistens ist es falsche Bildung. Ist es nicht interessant, wenn du das ansprichst, wie viel heute Propaganda, der Grunde, alles was kostenlos ist, bedeutet auch, du bist von außen beeinflussbar und so. Öffentliche Medien? Nicht nur öffentliche Medien, gut, das ist aber nicht kostenlos. Das stimmt. Wenn man eine kostenlose Ausbildung bekommt, heisst das auch, dass man die Propaganda mitbekommt, wo heute das Narrativ, die meisten Universitäten heute sind kommunistisch angehaucht. Oh ja, extrem. Also sogar veranlagt, ja. Aber gut, und das bringt uns eigentlich zum Punkt, sollte ein Christ gänzlich einfach tun, was der Staat sagt? Und die Antwort ist ein ganz klares Nein. So, die Bibel redet von der höheren Gewalt. Die meisten Leute gehen auf diese Stelle in Römer 13 und sagen, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Und so die Menschen sagen, siehst du, Moment, die sagen, da, da, die Obrigkeit, du musst tun, was die Obrigkeit sagt. Wenn die Obrigkeit sagt, mehr Steuern zahlen, dann zahlst du mehr Steuern. Wenn die Obrigkeit sagt, dass du gefälligst irgendwelche Substanzen in deinen Körper ballerst, dann hast du das gefälligst zu tun. Wenn die Obrigkeit sagt, dass du dich gefälligst nicht mehr triffst, dann tust du das gefälligst gehorsam tun. So. Erstens einmal, das Wort Gewalt ist irgendwie einfach ein Wort, was niemand liest oder nicht lesen möchte. So Gott hat die höheren Gewalten eingesetzt. Ja. Und die höhere Gewalt, wo das Wort eines Königs ist, da ist Macht, und das stimmt schon, ein Lastwagen ist auch eine höhere Gewalt. Ja. So, die höhere Gewalt kann natürlich auch korrupte Dinge tun. Weil es sind doch Menschen, und wir haben, wir sehen heute, wie weit wir von Gott und Gottes Wort, weswegen wir übrigens diese Probleme haben, dass die Menschen kaum mehr können ihre Rechnungen bezahlen. Wir gehen in den gleichen Ort zurück, wie wir waren im doppelten Mittelalter unter der römisch-katholischen Kirche, reich und arm. Wir gehen genau in den gleichen Ort zurück. Als ob wir die letzten 500 Jahre irgendwie vergessen haben. Ein verneuengeborener Christ, also wir nehmen da ein Beispiel auf, von Esther. Es ist interessant, dass das Morachai nicht einmal zuhörte, als König Aspheros Haman einsetzte, weil er war ein böser Mann. Er kniete nicht vor ihm nieder, beugte seine Knie nicht vor ihn und betete ihn nicht an. Er rebellierte, wenn du so willst, dagegen. Warum? Weil man muss Gott mehr gehorchen. Ich bringe einfach ein paar Beispiele. Die Hebammen von in Ägypten haben gelogen. Wo der König von in Ägypten gesagt hat, wenn ihr den hebräischen Weibern helft und auf dem Stuhl seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben dann gesagt, diese Frauen haben schon Geburt gegeben, bevor wir überhaupt dorthin gekommen sind. Was ich heute für ein Problem sehe, ist, wie getrimmt die Menschen sind, dass sie blind hören und ein Befehl ist ein Befehl. Egal, man steht es gar nicht in Frage. Übrigens, wenn wir ein bisschen, wir müssen nicht mal so weit zurückgehen, jeder, der in Nürnberg aus der Nazizeit angeklagt wurde, hatte den gleichen Punkt gebracht, wir haben nur Befehle ausgeführt. Und der Richter sagte, wir haben alle, er nannte sein Gewissen und Menschlichkeit und sie haben sie gegen die Menschlichkeit verurteilt. Übrigens zu Recht. So, zu sagen, ich mache einfach blind, was ein Staat, was Menschen in diesem Staat sagen, nur weil er es sagt, ist falsch und ist übrigens unbiblisch. Die drei Freunde von Daniel, haben sie gehört, dass Nebuchadnezzar ein Bild angesetzt hat und gesagt hat, bete das an. Ich glaube, heute würden viele Christen es anbeten, weil das ist die Obrigkeit und die Obrigkeit wurde von Gott eingesetzt. Wenn die Obrigkeit sagt, wir müssen ein Bild anbeten, dann müssen wir ein Bild anbeten. Dazu finde ich interessant, es steht ja in Römer 13, wie du vorgelesen hast, die und mir kommt es so vor, als dass es heutzutage genommen wird, als tust du irgendwas anderes, so fürchte dich, als was sie sagt. Jeder Mensch wächst ja heute auf und das heißt, du musst einfach tun, was dir gesagt wird. So bin ich aufgewachsen. Ansonsten ist es falsch. Aber das ist interessant, weil es steht ja Böses, aber wer definiert Böses? Die Obrigkeit oder die höhere Gewalt kann nicht definieren, was Böse ist, weil dann wäre sie Gott, oder? Logischerweise. Natürlich Gott definiert, was gut ist und was böse ist, weswegen Petrus übrigens zweimal ziemlich klar sagte, dass sie, dass wir euch mehr gehorchen den Gott und er fragte sie, denkt ihr, dass das richtig ist? Und dann sagte er, man muss Gott mehr gehorchen den Menschen. Gott hat eine gewisse, ich sage jetzt einmal, Rangordnung reingestellt und das ist, Gott ist die höchste Instanz. Und so Gott, der Mensch war ursprünglich eingesetzt, um über diese Welt zu herrschen, aber dann wurde gesündigt und dadurch kamen viele Probleme. Und diese Probleme sehen wir in den letzten 6000 Jahren nur allzu gut. Menschen sind hungrig danach, um Macht auszuüben. Wir haben, was wir sehen, Gott hat eine Obrigkeit, übrigens, Gott hat die Macht, wenn du so willst, dem Teufel gegeben. Er ist der Herrscher dieser Welt, sagt die Bibel. Wir sehen das immer wieder aufploppen. Daniel 6, die Meder und Perser macht ein Gesetz, dass man nicht sollte irgendein Gebet geben, ausser keinem Gott. Und dann steht, und ein streng Gebot stellen, dass wer in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen ohne vor dir, König allein, soll zu den Löwen im Graben geworfen werden. Als nun Daniel erfuhr, dass Gebot unterschrieben wäre, ging er natürlich sofort hinein und verbrannte alles, was er hatte und tat genau das, was der Staat sagte. Nein, er ging hinauf in sein Haus, er hatte aber in seinem Sommerhaus offene Fenster gegen Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betet, lobte und dankte seinem Gott, wie er den vorhin zu tun pflegte. Mit öffnem Fenster. Ja, aber er tat genau dasselbe und das ist mein Punkt. Er tat genau dasselbe, warum? Weil es war richtig vor Gott. Was heute er tun will, ist nachdenken und sich überlegen. Wir hatten vor zwei Jahren hat Wilfried Plock einen offenen Brief an all die Gemeinden geschickt und ich habe dagegen geredet und ich werde heute noch dagegen, falls jemand diesen Brief sehen möchte, meinen offenen Brief, den ich ihm zurückgeschickt habe und gesagt hör zu, du dich auf deine eigene Sache kümmern, wir sind eine unabhängige Ortsgemeinde, die Bibel redet von unabhängigen Ortsgemeinden und nicht von irgendwelchen Dachverbänden und wenn du denkst, du musst alles tun, was der Staat sagt zu dieser Zeit und du denkst, du darfst dich nicht mehr versammeln, mach das, ich mache, was Gott sagt, die Hebräer 10 sagt etwas anderes. Und dazu stehe ich heute noch und für das bin ich auch bereit, viel in Kauf zu nehmen, aber man darf nicht vergessen, dass selbst Paulus das sehr stark auch benutzt hat, übrigens erkannte das Gesetz, wir müssen einen Unterschied setzen zwischen einem Gesetz und einer Verordnung, was auch die wenigsten wissen, so wenn man sich aus dem Gesetz nicht auskennt und ständig einfach zu sagen, das darf man nicht, ist nicht das schön zu sagen, aber das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Tatsachen. Nur wie weit man geht, auch hier wiederum, du bist in freier Beruf und du musst dem Herrn nachfolgen in Freiheit du selbst und du musst schauen, wie weit du damit gehst und du musst es prüfen. Aber blinde Nachfolge ist so oder so falsch. Aber die Bibel redet auch, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und das ist gerade das, was heute niemand mehr will. Jeder will Freiheiten ohne Verantwortung. Weswegen wir so einen grossen Staat haben, der immer mehr Bürden auflädt. Übrigens, es war Israel, wo Gott verworfen hat und was bekam sie? Ein König, der ihnen hohe Bürden auflegte. Warum? Weil sie wollten einen König, wie alle anderen Völker, der sie führte, mit allem, was dazugehört. Es war ihnen vollkommen egal, was dazugehört. Man kann nicht es unterschätzen, was das alles bedeutet. Logischerweise, die Gewalt sind nicht den Guten, sondern den Bösen zu fürchten, willst du dich aber nicht fürchten vor der Rose, tue Gutes, so wirst du Lob von derselben haben. Eigentlich. Aber wenn du heute das Gute tust, wirst du kein Lob mehr haben. Jeder Mensch, egal was du in deinem Leben machst, egal ob du ein Polizist bist, egal ob du für irgendeine städliche Organisation arbeitest, du fürchtest und musst zuerst Gott dienen und ihm gehorchen. und dieses Blinde einfach tun und für das gebe ich diesen Bauern Kredit, dass sie mal endlich aufgehört haben, alles blind. Nur geht es ihnen um eine kleine Sache, statt dass sie das grössere Bild in Betracht ziehen. Gewisse Menschen sagen, es ist ein Schauspiel, das Ganze medial zufolge, wir sind ja nicht in einer Verschwörungstheorie, aber man kann eines sagen, dass die Welt keinem guten Punkt entgegen geht, immer mehr. Ich habe vergessen, wer genau tun ihre Ware nicht mal mehr über den Suez-Kanal mehr bringen, wegen diesen ganzen Piraten und Huthi oder wie das heisst. Also wir sehen immer mehr Kriegs und Kriegsgeschrei. Wenn ich jeden einzelnen Christ wäre, würde ich langsam mir überlegen, umzukehren und anfangen, wieder das Richtige zu tun, weil eines ist klar, Gott schaut nicht mehr lange zu und vielleicht kann das Gericht an einem Place Near You kommen. Gott ist gerade die Dinge am richten und wer als Christ denkt, ja gut, wenn es dann richtig abgeht, bin ich weg. Wenn du das so genau weisst, weil 2. Teess Lohniger 2 redet ganz klar, dass es gewisse Dinge gibt, die wir vorher sehen und Verfolgung gehört dazu. Und ich sehe gerade, wie die Christen sich auf etwas sonnen. Deswegen übrigens haben wir diese blinde Nachfolge, weil jeder will ja nicht irgendwie einen Preis zahlen für seinen Glauben. Interessant, dass immer zu solchen Zeiten, wenn irgendwas medial präsent ist oder wenn was hochkommt, dass die Leute sehr nach außen gerichtet sind und das gerne befürworten und darüber reden, auch Christen und dem Staat auch gerne nachfolgen auf der anderen Seite. Aber Jesus Christus oder einem Prediger nachzufolgen, einem Mann Gottes nachzufolgen, das möchte in diesem Land niemand oder sehr wenige Menschen noch machen. Ja, weil wir alles verdrehen, das was wir früher als selbstverständlich gesehen haben, ist heute falsch, heute ist ein Politiker das Höchste und man gibt ihm alle Ehre, wenn in Tat und Wahrheit die Bibel sagt, das köstlichste Amt ist das Amt eines Bischofs. Die Zeiten haben sich verändert und deswegen sollte man sich vielleicht mal überlegen wieder Verantwortung zu übernehmen und auf der anderen Seite aber nicht blind, sondern wirklich du sollst Gott mehr gehoren und anfangen dir die Gedanken zu machen soll ich das wirklich alles so tun und wo muss ich überlegen und wo muss ich ganz klar die Reisleine ziehen aber wie gesagt muss jeder für sich selbst wissen wenn ihr Fragen habt schreibt sie in die Kommentare kommt uns persönlich anschreiben prediger stimmenesgläubigen.de vielleicht können wir dir eine Antwort geben gut wir haben sicherlich noch ein paar Fragen von den letzten Mal falls es so übrigens falls ihr noch nicht gesehen haben wir sind auf Instagram wir sind auf TikTok wir sind auf Facebook wir sind überall aktiv man kann uns schreiben überall auf diesen Kanalen wir werden auch in der Zukunft Instagram live Facebook live machen also stay tuned und hört genau zu wenn wir das machen wir werden das auf jeden Fall ankündigen aber gut gibt es dann eine Frage die jemand gestellt hat die erste Frage ist in den grossen Landeskirchen ist das Vaterunser ein fester Bestandteil des Standard Gottesdienst geworden warum ist das so warum das so ist weil es in der Bibel steht und die Menschen die Bergpredigt von Jesus Christus so stark in den Fokus rücken weil sie Gottes Wort nicht richtig teilen die Bibel sagt befreist sich Gott zu erzeugen und rechtschaffenden Arbeiter das Wort der Wahrheit man darf nicht vergessen die katholische benutzt Jesus Christus für ihre Zwecke und hat dadurch die Welt verblendet und der Teufel ist darin gut nur weil es die Landeskirche benutzt heisst es noch lange nicht dass wir das auch beten sollen und wenn das so ist warum hat Paulus nicht einmal gebetet ich muss das auch auswendig lernen tatsächlich und das tut dich auf jeden Fall nicht erreden wüsste nicht was es bedeutet Nächste Frage und zwar was ist wenn Gläubige sogenannte psychische Probleme oder Traumata haben und ich weite das jetzt mal ein bisschen aus als kann sowas überhaupt sein und wie kann man vielleicht dagegen gehen gut psychische Probleme kann jeder Mensch haben auch ein Christ was kann man dagegen tun man muss sich fragen woher es kommt vieles kommt übrigens durch die Ernährung schlechte Ernährung Stress ist ein anderer Faktor woher psychische Probleme kommen und so und der dritte Punkt ist wie stark beschäftigt mich Gottes Wort ich meine wenn man dementsprechend einen sündigen Wandel hat dann tut das mit dem Kopf einiges oder mit der Seele was übrigens Psyche eigentlich bedeutet und so wir müssen eigentlich schauen was in uns hineingeht weil das was zum Herzen hineingeht im Herzen das verunreinigt den Menschen dann kommt nämlich etwas hinaus weil was das Herz voll ist geht im Mund über so man sieht dass die Menschen sich mit dem falschen beschäftigen was kann man tun Stress nicht zulassen diese ganzen Horror Filme und vielleicht auch falsche Musik mal vielleicht aussen vor lassen Drogen falsche Ernährung das sind Dinge wo man verändern kann um einen viel besseren Körper zu haben auf seinen Tempel zu achten nun wenn man es schon hat kann man an den gleichen Stellschrauben schrauben aber man muss natürlich auch fairerweise zugeben es wird schwierig einfach alles rückgängig zu machen man muss einfach gesund werden und ein Punkt ist wirklich sich mit Gottes Wort beschäftigen in eine gute bibelgläubige Gemeinde zu gehen und so mit der Zeit wieder ins Gleichgewicht zu kommen Gottes Wort sagt ein vollkommenes Gleichgewicht ist dem Herrn wohl gefallen die nächste Frage ist jemand fragt es wäre mal interessant erklärt zu bekommen wie die weiteren Menschen ab kein zustande gekommen sind ja gut ganz einfach Adam und Eva hatten mehr als kein und Abel nur weil nur kein und Abel drinstehen heißt das nicht dass sie mehr Kinder hatten darf nicht vergessen Adam wurde über 930 jährig also drüber und all diese Menschen wurden sehr alt so was wir haben ist dann natürlich dass sie auch zum Beispiel irgendeine Tochter zur Welt brachten und natürlich kommt dann gleich dieses Thema von Inzucht und Inzucht wurde erst von Gott als gesetzlich für Israel verankert als Mose das Gesetz gab was man muss verstehen das war etwa 2000 jetzt muss ich aufpassen so 1000 was ist es 600 wurde das Gesetz gegeben also fast sag ich jetzt mal einiges später wenn ich es richtig im Kopf habe oder 2400 so der Punkt ist 2000 Jahre weit 2000 Jahre später nachdem die Welt gemacht wurde so am Anfang war der Mensch nach Gottes Bild gemacht als er gesündigt hatte kamen erst die DNA Fehler und diese ganzen Fehler auf und die haben sie natürlich mehr und mehr entwickelt mit der Zeit dann kommt noch dazu dass wir wieder ein Flaschenhals hatten zum Beispiel mit Noah was dazu geführt hat dass die Menschen deutlich jünger wurden nach der Sintflut warum weil die DNA Fehler deutlich zugenommen haben was am Anfang beilte auch das Thema Inzucht nie diese Rolle und dann kommt noch ein ganz anderer und das ist ein praktischer Punkt wenn kein als kein 20 30 Jahre alt war wurde ging von seinem Haus weg wird er wahrscheinlich irgendwann gewisse Leute einfach nicht mehr gekannt haben die Adam und Eva zur Welt gebracht haben wir wissen nicht ob Abel eine Frau gehabt hat wir wissen es einfach nicht aber wir wissen das von Adam und Eva alles kommt noch eine Frage was ich noch nicht ganz verstehe die King James wurde doch auch von jemandem übersetzt der sicherlich auch ein Wörterbuch oder ähnliches benutzt hat also hat der jenige doch auch dem Wörterbuch geglaubt so verstehe ich das jedenfalls wenn sie sagen dass die heutigen seit dem 19. Jahrhundert Übersetzer sich auf das Wörterbuch verlassen nichts desto trotz solches Wort finde ich die King James sehr wortgewaltig obwohl ich das Englisch nicht so gut verstehe grundsätzlich generell muss man sagen je länger wir voranschreiten desto schwieriger wird es das ist Punkt eins Punkt zwei das waren natürlich sehr intelligente Menschen und dann kommt etwas ganz wichtig und das ist der Geist Gottes Heilige Menschen haben geredet getrieben durch den Geist Gottes ich glaube dass die Männer wo die King James gemacht haben inspiriert waren und dass Übersetzungen inspiriert sein können siehe Neues Testament zu Alten Testament und so das Problem was wir sehen ist wir haben keine Notwendigkeit etwas was Gott als Standard gemacht hat und gegeben hat nochmal zu überarbeiten Punkt meins egal in welcher Sprache das ist Gott hat gewusst warum er in 1500 zum Beispiel 45 die deutsche Bibel gegeben hat die Schlachter oder die Schlachter 56 oder die Elberfelder um nur zwei zu nennen haben nicht irgendeinen Beitrag schon gar nicht wenn sie sich berufen haben auf Nestlé Island und darum bewusst betont für alle Schlachter 1956 ist nicht die gleiche wie die neuste wo es gibt so das ist das eine und so die King James ist der Massstab den Gott gesetzt hat die autorisierte Version die wo ein König in Auftrag gegeben hat und man sieht einfach die Früchte an den Früchten sollte sie erkennen und ja natürlich haben sie auch müssen diese Sprache lernen ja aber wir wissen dass sie zum Beispiel mussten sehr akribisch vorangehen es waren sehr viele Menschen die das gemacht haben und noch einmal es kommt drunter auf einen Glauben so wenn man glaubt die originalen sind nur inspiriert und man heute ständig geht und geht diese Wortfälscherei machen wenn sich die Menschen übrigens zum Beispiel das Wort Hades ob Spanisch Französisch Deutsch Englisch Italienisch Holländisch also Niederländisch wenn wir uns nur auf diese sechs Sprachen alle sind einig gewesen Hölle ist ein buchstäblicher Ort von Feuer heute sagt man es ist nicht so warum weil man das Griechische ein griechisches Wörterbuch und welches um ein Wort was Gott selber definiert zu zerstören und das ist wo das Problem liegt es liegt an der Unehrlichkeit von all diesen Menschen wie Rudolf Ebertshäuser wie Roger Leiby wie Nestlé und Arland wie Westgarden Horde dass sie die ganze Zeit hingehen und Wörter neu definieren obwohl es die Bibel definiert hat und das ist sicherlich der Unterschied von den King James Übersetzer zu den heutigen eine Frage ist es wurde gesagt in einem Video und da ging es um wie man errettet wird dass eine komplette Veränderung stattfindet und die Frage ist wann findet es statt das heißt muss ich mich jetzt verändern um errettet zu werden nein die Veränderung die Bibel sagt in 2. Korinther 5 am besten gehen wir rasch schnell hin 2. Korinther 5 es steht darum ist jemand in Christo so ist er eine neue Kreatur das alte ist vergangen sie es ist alles neu geworden an welchem Punkt an dem Punkt von der Bekehrung ich muss nicht mich selber neu machen ich muss nicht selber etwas arbeiten weil dann wäre es nicht Glaube alleine sondern Glaubenwerke sondern ich glaube dass Jesus Christus für eine Sünde gestorben und auch verstanden ist und dann wenn ich ihn aufnehme wenn Jesus Christus in mich hineinkommt das ist wo ich eine neue Kreatur werde das ist wo alles neu geworden ist und das alte vergangen ist genau zu diesem Zeitpunkt und das passiert bei der Errettung noch eine Frage eine Frage ist noch und zwar darf eine Frau Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien leisten und beispielsweise Vorträge zu einschlägigen Themen halten zum Beispiel Bibelferse vorlesen und über die eigenen vergangenen Irrwege oder Verfehlungen berichten zum Beispiel wenn man von neuem geboren wurde und wie man da rausgekommen ist und rauskommen kann zum Beispiel Ausstieg aus der spirituellen Szene Buddhismus und so weiter das könnte ja Menschen auch die Augen öffnen Bibel sagt die älteren Frauen sollen die jüngeren lehren das ist die ganz einfache Antwort wenn man sowas tut dann würde ich einen Social Media Kanal machen der explizit für Frauen ist man soll die jüngeren Frauen lehren wenn ein Mann so blöd ist und anfängt dem zu folgen und sich belehren zu lassen dann kann man ihm auch nicht helfen aber die Zielgruppe gezielt soll es sein andere Frauen zu lehren alles andere ist falsch gut das war eine wunderbare Zeit wieder mit euch hoffe das hat euch gefahren wir werden weiterhin solche Videos machen schaut auf die anderen Kanäle vorbei ihr könnt gerne uns schreiben prediger.stimmelsgläubigen.de und ja wir wünschen euch eine gute Woche schreibt uns die Kommentare und wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin du hast gerade die Stimme des Gläubig schon gehört die Stimme des Gläubig bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin